ja hallo und herzlich willkommen zu life is strange before the storm endlich ist es da ich freue mich riesig der erste teil war ja schon der hammer und diesen teil dürfen wir spielen er spielt ja alles also vom ersten teil davor noch und ja ich freue mich wie verrückt episode 1 erwacht wir starten es ist auch gerade mega früh bei mir also ich konnte nicht abwarten ist ein spiel in dem spiel entscheidungen die geschichte beeinflussen die folge alle deine taten und entscheidung die chloe da ist er ja den teil kennen wir ja bereits aus der demo cool cool Holy shit Jetzt war ja um dich schneller zu bewegen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Nachdenken wir auch. Ein Satz tausend plus tausend, tja, so ist das manchmal, mit den Betten. Neuer Dialog-Frei-Geschäft. Ok, mal gucken, ob wir reinkommen. Ah, das war wohl nix. Ich kann ihn nicht aufrufen lassen. Gehe ich zurück und mit ihm stehen? Oder kann irgendetwas hierher helfen, ihn zu überzeugen? Das Zahn sieht älter. Ich frage mich, wie lange vor der Knoll hat. Ein altes Lumber-Kar. Ich glaube, es hat Jahre seit jemandem hier gearbeitet. Jetzt kommen wir hier rum irgendwo rein, was ich nicht denke. Wir wollen doch rein. Hier geht's auch nicht weiter, verdammt. Wie kommen wir jetzt rein? Hier geht's. Und jetzt müssen wir hier rein. Das Bande! Das Bande! Ich muss da rein. Was ist der Knoll? Das Bande! Was ist das für mich? Geh, danke. Ist das alles? Das ist die alte Mil, richtig? Ich habe gehört, Firewalk ist hier heute Abend. Sie sind toll. Nein. Du bist schuldig? Du solltest einfach nur gehen. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Okay. Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Okay, ein Punkt für ihn. Okay, ich glaube, ich werde einfach kacken hier auf. Ich kann dich in da. Eine Frau wie du, mit schönen, schönen Blumen auf ihrer Bickel, sollte mich nicht überlegen, was ich kann machen. Das ist ein Traditioner Samoan... Look, mein Boss decides, was er in, okay? Ist dein Boss deine Mom? Follow-up. Do you live in your Boss'es basement? Okay. You're funny. Well, that's not the point. Dude, relax already. You're flexing so hard, you're going to pop. Keep pushing me, see where it gets you. Oh, hey, Bowser called. He wants his jewelry back. You know, Damon, would probably get a kick out of here. Damon? Do I give a shit about what he thinks? Let's see. Nope. You're... You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas and a motherfucking dragon on a leash in there and I'd still kick your ass. I give up. You're alright, kid. Go on in. So, the name of Plattke Mark. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich verkackt hätte. Dann wären wir überhaupt nicht reingekommen. Keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft und jetzt sind wir drin. Komm. Oh, shit. Hey, Delia. Come. Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. What's her name? She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Sober up, girl. You're missing the show. Damon Merrick again? Who is this guy? That's all right. It's not gonna take me more than an hour to do. I came here. You can see it. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. So long to look see? Look, we have to send... Twenty bucks, baby. Twenty bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. Twenty bucks, thief. Der Mann ist ein verdammt. Wenn ich eine Karte will, muss ich kreativ sein werden. Und wenn... Nein, 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 nein. Wir müssen uns das genau wie ich erklärt habe. Entschuldigung, Mann. Vielleicht sollte man nicht überrascht. Schade, nein, 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 nein! Komm schon! Danke für die Spiel, dick. Ja, süß, süß, süß. Das ist ungefähr 200 Dollar. Das ist nicht wert. Diese Leute könnten mich auf dem Steak verbreiten. Geld machen wir nicht. Das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Das ist ein Schaden. Das ist nicht wert. Das ist der, was meine Mutter nicht genutzt hat für mein Geburtstag. Das ist ein Schaden. Ich bin der Zentral. 300 Dock-Worker sind weggelegt, ihre Pensionen verholt? Gott, Prescott ist echt krass. Sean Prescott. Ich bin der nicht mehr, Jana. Und dann boxen wir uns mal durch die Menge. Halt! Nehmen wir mal einen Kaffee. Koffee, ja halt. Sehr gut. Tagebuch. Üte Karre, verlorenes Einhorn. David Schrott. Frank kennen wir noch. Max haben wir auch noch hier. So, here we go. Ja! 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 Du bist okay? Ich bin gut. Relax. Du hast mich überrascht. Ja. Schade, Mann. Du weißt, wer ich bin. Du weißt, wer ich bin. Nein. Ich bin auch nicht interessiert. Hey, lass mich wissen, wie das funktioniert für dich. Bitch! Okay. Mosh Pit ist kein Geist. Okay. Ich bin gut. Ich bin besser. Ich bin besser. Es ist zu schwer. Was machst du hier überhaupt? Ich versuche zu sehen, diese verdammten Band. Aber dieses Ort ist verrückt. Es ist schwer zu erreichen. Wie hörst du überhaupt über dieses kleine Schindig? Gott, die Internet. Wie weiter? Serious? Verrückt, Kinder. Verrückt, Kinder? Verrückt, den ich in den Mannschaften habe? Er war so, wie ich wusste, wer er war. Ah, ja. Ich weiß ihn. Er arbeitet für Damon. Damon Merrick? Ich verstehe, du hast ihn gehört. Das ist sein Ort. Damon ist ein Freund von mir. Wo gehen die Stärken? Wo gehen die Stärken? Er... Auf? Es ist sehr hilfreich, Frank. Ich meine, will ich eine bessere Beziehung von der Band da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Stärken hat alles in der Höhe, okay? Keine Person geht da da. Okay. Ich werde dich später sehen. Alles klar. Alles klar. Aber das ist nicht so. Ich bin ein Werkstatter. Ich werde dich überhaupt nicht innen, dass sie das sehen sind. Ich bin ein Werkstatter. Das ist zufrieden. Ich bin ein Werkstatter. Das ist zufrieden. Das war! Mein Werkstatter ist in den Mannschaft. Ich bin ein Luuk. Es ist so gut, es ist so gut. Danke. Du spielst mein Bier, b****! Du musst dich vorsichtig sein. Es ist ein schweres Ort. Ich mag deine Attitüde. Hey, ich bin die Bier, okay? Nicht gut genug. Wir sind nicht fertig. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Es wird nicht so schön, es wird nicht! Sie denkt, sie kann dich nehmen! Hey! Dickhead! Rachel? Come on! Hurry up! Let me go, Frank! Not gonna happen! Calm down! Come on, man! Walk away! Screw this! Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! You need a life 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 I've got to do that! You need a life You need a life